Als Mitglied bei unserem Absolventenverband bekommst du kostenlos die Hoftafel bei der Abschlussfeier überreicht. Mit den AWZ-News seid ihr immer top informiert. Sie erscheinen viermal jährlich. Bei der Jahreshauptversammlung triffst du viele Schulkolleginnen und Schulkollegen in gemütlicher Atmosphäre und bei einem interessanten Impulsreferat erfährst du dabei viel Neues. Absolventenverband bietet ein interessantes Fortbildungsprogramm. Von einer Feldbegehung über Schweinefachtagungen bis zu Kochkursen. Außerdem unterstützt der Absolventenverband das AWZ Lambach bei speziellen Projekten wie zum Beispiel beim Ankauf von einem Fitnessgerät oder von so einer Drohne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.